oh shit leute willkommen zurück zu einer neuen folge friday the thirteenth mit dem curry und ja die letzten zwei folgen eine nummer für sich ey wo bist du bist du bist wer ist denn wer ist ich bin im fetten haus okay okay egal ob ich gleich zu dir kommen kann letzte folge haben die ja schon alle gut zusammengearbeitet aber ich habe mal jeder der ja sohn ja sohn der sohn an der jahr okay man hier ganz schnell jemand direkt beim boot unten okay okay nice map aber jason ist gar nicht so einfach zu spielen wenn alle gegen dich so sehr eben das ist halt ja der zusammenhalt ist echt krass das war eine meldmann macht ja aber irgendwie wir haben es ja jetzt länger gespielt ich habe da kommen wir irgendwie neue inhalte oder so da gibt es ja irgendwie nur drei oder so hauptsache werden kommen jetzt das ja eben mal nichts machen als du hast gesagt wo seid ihr bei einem großen haus der dicken hütte ja wo das ist ja ich sehe okay ich komme dahin was steht er denn jetzt hier in der tür wer wer denn hier steht einer der tür und blockiert oh mein gott alter der hat ihn weggeballert die teammate oder was der hat der hat den jackson erschossen also der liegt jetzt halt packt man haben wir schon irgendwas für ein auto oder so ich habe noch nichts gefunden ich weiß nicht was die anderen haben ich habe keine ahnung und erst bei euch ne ja wir brauchen benzin unten propeller für das boot okay ich komme ob ich finde wenn beim nachbarhaus das problem aber jetzt alles voll mit nebel holy shit ey immer hier rüber guck mal ob ich hier drüben was finde schon lady lass uns alle überleben bitte unglücklich werden kommen man man ich bin ein junger lady please help me hey we're having sex in here oh okay come on put your clothes off what the fuck was jetzt los come on man oh so wait stand here wait wait for me man wait 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 i'm a little attractive what what they're just being the other teeth on my knees the eh on my knees look on my knees Jason Jason is looking much sexier what oh Das ist nicht schön von dir. Hey, go go man! Der ist hier, ne? Der ist hier draußen. Ja, sohn! Hast du das Gas oder was? Reingas. Arsch! Nee, die ganze Zeit raus, wo ein Möbel wird, ey. Ah. Kitt, ey. Wir müssen weiter suchen, wir müssen weiter suchen. Ich geh mal zur Kirche. Die Kirche hat doch immer was für die armen Menschen. Echt so. Der Friedhof. Knallbonbons drin. Knallbonbons vor allem. Ja. Wenn du die isst, hörst du, dann musst du... Wo gibt's hier Benzin, Mann? Kann doch nicht sein jetzt. Aber wo findet man den Propeller? Ich hab auch keine Ahnung, wie die aussehen, ey. Das ist das Problem. Hä? Ich hatte den einmal... Ich bin der Teddy-Protektor aller. Wer ist beim Friedhof? Ne, du nicht, ne? Doch, doch! Doch, okay. Ich hab einen Axt gefunden. Ein Spray. Nice. Bist du auch beim Friedhof, oder was? Ne, ne, ich bin weiter unten. Hm. Krass runter, ich geh jetzt gerade über die Brücke. Boah. Ich muss uns gleich mal treffen. Der schwimmt gerade rüber. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie, äh... Abhauen, ne? Was finden, das muss ja irgendwo machbar sein. Das kann nicht so schwer sein. Ey, da läuft so eine Frau durchs Bild und da hört man einfach eine Männerstimme dazu, weißt du? Rätet der immer noch ingehen? Rätet der immer noch ingehen? Geil. Guck mal, hier beim Lagerfeuer. Vielleicht finde ich aber... Aber was ist das denn hier? Stock? Okay. Wow. Hör mal. Ist auch geil, dass man in die Zelte und so kann. Mega nice. Aber der hat auch keinen getötet, ne? Ne, noch nicht. Wenn ich jetzt... Boah. Guck mal, Alter. Ganz allein unterwegs. Kommen wir hier, hier haben wir nichts. Fuck, ey. Hier rein. Mir war auch schon niemand looten. Nein! Oh, leck mich doch. Was ist los? Hier ist das Funkgerät. Okay. Ähm. Ey, ich hatte Propeller! Was? Echt? Ja, Mann. Ja, dann bring den direkt sofort. Wo ist das Boot, Alter? Ah, okay, okay. Ich seh. Aber wie wacht der das? Okay. Ich hab Tommy schon mal gerufen. Zack. Und warum wir jetzt... Wollen wir nur noch... Wollen wir nur noch Benzin, ne? Ja. Aber ich hab Angst, dass das Boot bekämmt, ne? Okay. Ich mach mal hier... Ich mach mal hier das Radio an. Vielleicht kommt der ja dann. Ja, ja. Mach mal. Ich geh den Propeller mal einbauen. Ich brauche nur noch Benzin, man. Nice. Boah. Geht so Benzin. Ich such das. Komm schon, Baby. Dann hauen wir einfach ab, Alter. War's ja übelst geil. Du würdest das jetzt schaffen. Jetzt die Tür schon auf. Was soll der Scheiß? Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Der Propeller ist drin. Wir brauchen nur noch Benzin. Ja. Irgendeiner muss noch hier Benzin mal gesehen haben. Das kann doch nicht sein. We need gas, guys. Wir haben mich gar nicht, ne? Nur wenn ich bei dem bin. Wenn du ein Funkgerät hast, ja. Oder wenn du... Ja, genau. Kein Benzin hier. Ich such auch mal in die andere Richtung. Ich hab die Autoschlüssel. Nice. Boah, hier schreit einer. Oho. Ja, ich hör's. Ja, der ist im Haupthaus. Ja, der ist im Haupthaus. Im Haupthaus. Fuck, Mann. Wo ist denn hier das Benzin, ey? Findert's schon. Wir finden das schon. Ganz ruhig, ganz ruhig. Er wird uns nicht töten, Curry. Ja. Ich hoffe. Ich hab schon öfter mit Jason gesprochen. Das ist ein netter. Okay, Mann. Ich hab noch keine Batterie oder so. Nichts. Da kann ich auch nicht reingucken. Ich muss in hier ein Haus. Warte mal. Irgendjemand muss Benzin schon haben. Das kann gar nicht anders sein. Hä? Okay. Ja. Wo ist das denn? Ist das bei dir? Ist das bei dir auch gerade so rumgeschrieben? Ja, 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 ja. Okay. Wenn man jetzt hier oben. Bei der Scheune vielleicht. Da war auch, glaube ich, noch keiner. Wo ist denn die? Alter, runter. Guck mal hier, wo ich gerade bin. Ja, einer ist tot. Zwei sind schon tot. What the fuck, Alter. Muss da irgendwo sein, der blöde Gas. Aber bei mir sind direkt drei Häuser nebeneinander. Okay, GoGoMan ist zurückgekommen als Tommy. Okay, okay, okay. Oh fuck. Ich glaube, ich krieg' versucht. Ja, bei mir ist auch diese Musik gerade. Oh fuck. Ich bin wieder ruhiger geworden. Weil bei mir war gerade so kribbeln. Okay. Pass auf, Mann. Ich mach mich nicht so... Nicht so gut. Hier ist auch überall die Tür auf. Scheiße, Mann. Ey. Holz. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Benzin. Ich bin ja gar nicht dieser Sieg nur mit den mehreren Häusern. Mir fällt nur ein, dass das vielleicht jemand hatte und dann gestorben ist. Kann sein, ja. Oder halt, jemand anderes rennt damit rum. Ich suche grad ausschaut alles ab hier. Ich hab auf jeden Fall nichts, ey. Ich hab auf jeden Fall nichts, ey. Fuck, ey. Hier sind Tod zwei schon? Ja. Oh mein Gott, Leute. Ich hab auf jeden Falle. Ja. Ja. Sorry? Ich hab die Begriffe, ja. Ich hab die Begriffe, ja. Ich hab auf jeden Fall Ich hab die Brüse, wir haben die Begriffe und der Schl�ade. Ja das Boot ist ja vor allem fettig. Ja stimmt. Das Boot ist bereit. Also das Boot... Das Boot braucht Gas auch. Wen hast du denn bei dir? Oh. Gas ist nahe der Auto. Ja nice. Voll. Ich war doch beim Auto in den Häusern. Da war auch nichts. Ich glaub das hier auch gerade angebaut hat und ich finde nicht... Ja, wir brauchen nur Gas. Ich bin schon dreimal vorbeigelaufen. I can move you. Ich kann jetzt mit dem anderen Buben zusammen. Wir sind jetzt nur noch zu dritt. Wir sollten uns mal zusammen tun oder? Wo seid ihr? Ihr seid auf der anderen Flussseite. Warte mal eben. Ihr seid gar nicht so weit weg. Wait, wait. The other guy is coming. Oh. Let's groove together, oder? Ich höre den irgendwo hier. Ihr misst ja irgendwie Musik, aber ich sehe ihn nicht. Da hatte ich auch. Oh. Oh fuck. Ist der bei dir? Nein. No, 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 no. No, 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 no. Boah. Lebst du noch? Ja, ja. Weg, Alter. Oh fuck, ey. Wir müssen ins Haus gerade. Oh shit, ey. Wir sind direkt teleportiert, Mann. Oh Gott. Ich weiß nicht, was dir gerade passiert. Wo ist der? Ich weiß nicht, wo der ist der. Der ist irgendwo bei uns auf jeden Fall. Ja, ja. Warst du schon in der Scheune? Ja, da ist nichts. Der meinte, dass Gäste wären irgendwo in der Nähe vom Auto. Okay. Ich gucke, ich gucke. Oh fuck. Ich muss das überleben. Okay. Der hat mich. Fuck you. Nein, nein, der bringt mich um. Shit. Oh man. Alter, der drückt mich einfach ins Lagerfeuer, Mann. Oh Gott. Oh. Ich bin tot. Ich bin einfach tot. Hey, bist du denn da am Fenster? Hallo? Der kommt genau, wenn ich tot bin, weißt du? Ey, der hat das Gäste, Mann. Der hat das Ding. Man. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Wir müssen zum Boot gehen. Komm. Komm come on. Da kennt dich die Hände, Mann. Go away, Jason bitch. Oh nein. Oh oder will den anderen holen? Der will den anderen holen. Sche것. Ich kann nichts machen. Ich muss weg. Oh, der wird sterben. Oh, Alter. Der hat auch gar keine Maske mehr. und ich will wieder aussieht so ein toten kopf scheiße jetzt hat er das gäste ja man wird jetzt zum auto wo hinter der hinsen ist jetzt beim go to the board man hört mir nicht bei der scheune der geht zum haus also ist das beim boot ja ja nicht wie fühlen weil der bei der typen halt in der erinnern das ist ein problem auch was zum werden wir zeit noch fünf minuten sechs minuten okay schwierig leute bis ganz alleine ich versuche zu ihm zu kommen irgendwie hinkriegen ich war nur irgendwie eine waffe oder so schon wieder telefonien wenn er jetzt hier ja das geld zum boot geworfen beim boot hatte geworfen der jetzt weiter nice 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 weil ist das boot von mir weg okay es ist auf der anderen seite wir sind immer noch weg der rennt immer noch weg alter sich hinter ihm ja weil er keine ausdauer mehr muss jetzt weg zum boot du musst ja jetzt hinten laufen nein jetzt war dann jetzt ist er bauen leute es bringt sich ein er ist tot oder ja jetzt ist er tot der wird dich jetzt holen also im wasser wo ist der wo ist der er hat irgendwas gemacht so knapp alter es gibt es doch nicht erwürgt mich einfach was ist das denn feiner es war so knapp wirklich ne aber geil dass er mitgedacht hat dass er das benzin eingeschossen hat er hätte so schön sein können mann älter ja so oder gewonnen ja dann sehen wir uns wieder der nächsten folge macht's gut